Musik Das ist eine große Herausforderung. Die Kolonien und die Torhüter sind in der Basis. Der wird eine andere Integ, ne? Nach dem Rückkehr von der Ile d'Elbe, Blücher, die im Namen des General Vorwärts, General in avant, wurde in der Mitte der Prussischen Armee stationiert. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020